Die Liudolfinger, die nach der Kaiserkrönung auch Ottonen genannt werden, waren ein sächsisches Adelsgeschlecht und eine deutsche Herrscherdynastie. Die Liudolfinger regierten im ostfränkisch-deutschen Reich von 919 bis 1024. Das älteste mit Sicherheit identifizierbare Familienmitglied war Graf Liudolf. Die Bezeichnung Ottonen geht auf die drei liudolfingischen Kaiser zurück. Otto der Erste, Otto der Zweite und Otto der Dritte. Die Anfänge, der Aufstieg des Geschlechts fällt mit dem Aufstieg des Ostfränkischen Reiches und dem Entstehen des Heiligen Römischen Reiches zusammen. Durch die Entscheidung des mächtigen Stammesherzogs und Königs Konrad I., den Liudolfinger Heinrich von Sachsen zu seinem Nachfolger zu ernennen, erhielt die zuvor lediglich im Herzogtum Sachsen bedeutende Familie die Königswürde, Könige und Kaiser. Die Herrscher des Ostfränkisch-Deutschen Reichs aus dem Geschlecht der Liudolfinger waren. Heinrich der Erste, Otto der Erste, der Große, Otto der Zweite, Otto der Dritte, Heinrich der Zweite, Punkt. Heinrich der Erste, Hauptartikel, Heinrich der Erste, Heinrich der Erste, war der Sohn von Herzog Otto dem Erlauchten von Sachsen und ein Enkel Liudolfs. Er wurde 919 in Fritzlar von den fränkischen und sächsischen Großen zum ostfränkischen König gewählt. Eine seiner wichtigsten Aufgaben war die Verteidigung des Reiches gegen die immer wieder angreifenden Majerien. Diese besiegte er im Jahre 933 an der Unstrut. Im selben Jahr unterwarf er die Elbslaven und Böhmen. Dadurch konnte er das Reich nach innen stabilisieren. Eines seiner politischen Ziele war die Schaffung der Reichseinheit. Diese wollte er mittels der 929 verabschiedeten Quedlinburger Hausordnung erreichen, die seinen zweiten Sohn Otto zum direkten Nachfolger bestimmte. Die anderen Söhne wurden mit der Herzogswürde abgefunden. Otto der Erste, Hauptartikel, Otto der Erste, mit König Otto der Erste, bestieg 936 eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Heiligen Römischen Reiches, den Thron. Otto seh war es, dass die Ungarn endgültig besiegte und der Bedrohung aus dem Südosten ein Ende bereitete, als er sie in der Schlacht auf dem Lechfeld 955 vernichten schlug. Um die Stabilisierung des Reiches zu vollenden, ließ Otto sich von Papst Johannes XII. im Jahre 962 zum Kaiser krönen. Gleichzeitig erneuerte er das römische Kaisertum von Karl dem Großen, bestätigte die pepinische Schenkung und verheiratete seinen Sohn und Thronfolger Otto mit Theophanu einer byzantinischen Prinzessin. Otto der Zweite, Hauptartikel, Otto der Zweite. Bereits 973 wurde dieser als Otto der Zweite, neuer König und dann auch Kaiser. Er führte die Politik seines Vaters fort und war wie dieser ein erfolgreicher Herrscher. Als Otto der Zweite, 983 starb, hinterließ er einen dreijährigen Sohn, Otto der Dritte, Hauptartikel, Otto der Dritte. Dieser wurde als Otto der Dritte, im Jahre 983 zum deutschen König gewählt. Für ihn übernahm seine Mutter bis 991 die Regentschaft. Fünf Jahre später wurde er zum Kaiser gekrönt. Kaiser Otto der Dritte, verstarb sehr früh und hinterließ keinen Erben. Heinrich der Zweite, Hauptartikel, Heinrich der Zweite. Doch es wurde mit Heinrich, einem fetter Ottos, noch einmal ein Liudolfinger deutscher König. Heinrich war der Urenkel von König Heinrich der Erste und bestieg 1002 als Heinrich der Zweite, den Thron. Trotz aller Widerstände wurde er 1014 zum Kaiser gekrönt. Später wurde er aufgrund seiner vielen Stiftungen 1146 heilig gesprochen. Er starb 1024 ohne männlichen Erben, so dass die Ortonendynastie in männlicher Linie ausstarb. Mit Heinrich ging die Epoche der Ortonen zu Ende und die Königswürde an die Salle über. Weitere bedeutende Liudolfinger, siehe auch, Stammliste der Liudolfinger Altfried, Liudolf, Brunn, Otto der Erlauchte, Denkmar, Gerberger, Hartwig, Heinrich, Hedwig Ebtissen von Essen, Brunn, Wilhelm, Liudolf von Schwaben, Mathilde, Mathilde, Heinrich der Zenker, Otto der Erste, Brunn von Augsburg, siehe auch, Ottonische Renaissance, Ottonische Buchmalerei, Ottonisch-Saalisches Reichskirchensystem. Wir sehen uns beim nächsten Mal.